So, 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 hallo und willkommen zurück zu Let's Play Darkseiders. Ja, im letzten Mal haben wir in diesem Raum hier aufgehört und ich hab ein bisschen Angst. Oh Gott, was kommt hier? Entschuldigung. Oh, hi. Oh, hi. Na? Das geht. Da, 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 da. Boom. Okay. Das wird interessant. Boom. Wisst ihr was, Leute? Machen wir jetzt einfach mal so hier. Ich kann auch das Zeug herbeiführen. Das ist eine Hype-Suche. Eine Zeug. Boah, das ist einfach so stark. Das ist der Wahnsinn. Aua. Das tat weh, man. Lass das einfach. Sei dey. Sei dey. Komm her, du Egelhafte. Ich mach dich plat. Das tut doch weh, man. Hör auf mit dem Rotz hier. Zack, zack. Und wuh. Und bam, bam. Und bam. Das war's jetzt schon. Nee, oder? Das war's jetzt schon. Äh. Okay. Ich hab hier ein Portal. Boom. Und dann hab ich... Ähm. Ist noch ne Kiste? Bin verwirrt. Bin verwirrt! Hier waren wir doch nicht, ne? Nein. Hier waren wir noch nicht. Glaube ich. Nö, 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 nö. Okay. Oben ist ne Bombe. Ich hätte das erst mal aktivieren sollen. Ah, ich bin doch dämlich. Ich bin doch dämlich. So wusch. Und hier aktivieren wir auch das Ding. Pam. Muss ich das ernsthaft? Komm her. Da ist noch ein Portal. Natürlich ist da noch ein Portal. Aha. Gut, dann warten wir halt, bis das zweite Portal wieder her. Schaut. Komm her. Und? Feuer. Feuer. So, jetzt schmeißen wir das Ding her. Na komm. Hat das getroffen? Ich weiß es nicht. Hat das getroffen? Nein, warum auch? Ist ja Quatsch, ne? Ist ja vollkommen Quatsch. Nein. Warum soll der das auch treffen? Nein. So, jetzt aber bitte. Hat es jetzt getroffen? Das war dämlich. Das war dämlich. Warum wird man auch gleich eingesaugt? Wenn nur die Nähe des Portals geht. Das ist doch... Jetzt hat es funktioniert. Schwupp. Huch. Krieg. Krieg, what are you doing? Krieg. Ja, Krieg, du mich auch. So, jetzt rüber. Rüber da. Rüber da. Rüber da. Rüber da. Alter! Krieg! Ähm. Ach so. Okay. Noch ein Kampf? Warum nicht? Kann man ruhig machen. Oh nein! Nochmal ihr! Okay. Diesmal machen wir das gleich so. Alter! Ausgestalt! Weil diese... Ekelhaft... Das Drecksding da ist. Und du, ne? Du nervst mich auch. Dein ekelhaft Schild. Äh. Äh. Oh. Und schwör. Oh. So, du ekelhaft. Jetzt gibts aufs Maul. Aua. Aua. Was zum Geier? Oh, ne. Oh, ne. Muss ich dazu irgendwas sagen? Ich denke nicht. Hey, war mir den ganzen Spaß nachmals. War ja so lustig. Äh, äh, äh. Wetten, dass die Saal wieder da? Nö. Danke. So, und jetzt nochmal euch... Spaten. Ah, und kann ich erst nicht überspringen? Na! Haha. Ich bin so geduldig, ich weiß. So. Euch zwei, ne? Machen wir jetzt so. Frisst. Frisst einfach. Nom, 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 nom. Nom, nom, nom. Jetzt sei natürlich keine... Verrreck. Komm her. Und zack. Down. Und noch so eine. Und zack. Lass mich mal mit deinem komischen Schild in Ruhe, ja? Ja, genau. Hau deine eigenen Leute weg. Das machst du gut. Hopp. Und du kommst jetzt auch dran. Schwung. Okay. Nun zu dir, mein Freund. Ist da was? Chaosgestalt! In your face! Kollege, komm her! Number one. Two. Three. Und dann bevor. Ist jetzt eine Ruhe, ja? Es kommt natürlich noch welche. Hi! Was willst du denn? Ei, 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 der macht aber auch Schaden. Ah, ich bin doch ausge... Zwei Stück? Ernsthaft? Ernst? Nö. Sehe ich nicht. Sehe ich nicht. Moment. 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 Auf zwei Stück hab ich keinen Bock. Jetzt mal ehrlich. Komm mal her. Hau mir aufs Maul! So, Heimsuchung, klär mal. Wow, da hat die Heimsuchung nicht mehr ausgereicht. Interessant. Ja, die Heimsuchung muss noch stärker werden, man sieht. So, jetzt freerackt doch mal. Äh! Was? Was? Leute! Gott, der Schnitt. Ist gleich. So, da bin ich wieder. Nach dem Kampf. Nö. Farodin und weiter geht's Wir haben hier ne Kiste Hi X, ich seh dich nicht, oder wat? So, was haben wir denn hier? Äh, okay Was haben wir hier? Einen Großen Raum Okay, hier soll ich mich auskennen, ja? Das ist ja schön Das ist ja toll Ähm Hier haben wir ein Aterfakt Das war easy Und hier haben wir ein Portal So, was machen wir jetzt hier? Wir müssen augenscheinlich nach oben Oder? Ich weiß es nicht Noch ein Portal Ganz viele Portale Ganz viele Portale So geht's nicht eigentlich runter Ähm Das dachte ich schon Ich komme hier nicht mehr hoch Das wäre ja der Wahnsinn gewesen Äh Was ist das hier? Wo bin ich? Was mache ich hier? Was will ich hier überhaupt? Was macht das hier? Okay Okay, das hat's voll gebracht Ja, fast schon ein bisschen Äh Äh Wir haben hier einen Schalter Der tut was Äh, ja Damit kann ich ein Portal Total nicht unter Wasser Okay, ich kann ein Portal mit Wasser Moment Was sieht, wenn ich das hier mache Und Das hier mache Und dann Den Schalter aktivieren Ähm Sollte auch treffen Dann füllt sich eigentlich das Wasser Genau Aha Aha, aha Das wenn man mal den Realer finden würde Dann wäre man stinkreich Stinkreich So Jetzt haben wir hier den Schalter Der tut was Stimmt Dinge Äh Ja Jetzt ist das Ding weiter dran Was bringt es jetzt, wenn ich Da vorne nochmal Dreh Am Rad Das Rad muss ich drehen Also drehe ich am Rad So Bringt mir das Irgendwas Aha 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 Okay 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 Das hat wir gar nichts gemacht Doch hier ist ein Portal Moment Momentchen Dieses Portal Nutzen Hier Indem Wir Ein Aufgelandtes Portal draus machen Und dann durch Portal durchswitchen Nehmen wir mal das hier Schwupp Und schwupp Yes Okay Jetzt sind wir hier Und jetzt gehen wir hoch Plop Jetzt kommen wir zum dritten Golem Eventuell Glaubst du mir das Ja Ja Ladezeit So kann man auch Ne Ladezeit Will bringen Komm Bisschen schneller Wir haben doch keine Zeit Mann Wir haben doch keine Ja hier kommen wir Den machen wir noch in dem Part Ach komm Komm her Hi Da Auch hier Okay Er macht wieder sein Stop it Okay Er macht Hier Und Hier Und dann machen wir einfach mal So Und Wusch Und Rinnenkopf Äh Wusch Wusch Und Komm Ein bisschen her So Jetzt gehen wir nämlich Herein Und Schwupp Nein Nein Und Rein in den Kopf Schwupp Schwupp Yeah Schwupp Wusch Wusch Weg Hier Weg Hier Das Ding Aua 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 Das tut doch weh man Zu weit gesprungen Nein So und Rinnen Zirn Ha Okay Und jetzt weg mit dir Kollegah Das war's mit dir Wusch Und Das war einfach Ich fahre als der letzte auf jeden Fall Finde ich Okay So freund ich würde Aber sagen wir bevor ich hier weitermach Wenn ich noch beim nächsten Mal Bescheid weiß Beende ich erstmal den heutigen Part Denn das war's heute mit der Freude Und ja Dann zieht sich dann Im nächsten Part Wieder Also dann Bis dann Ciao Leute Das war's heute mit der Freude Das war's heute mit der Freude